Der Spitzenreiter der 3. Liga ist zu Gast. Wir treffen morgen hier im GP-Stadion am Hartwald auf den SSV Jan Regensburg. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltag Minus 1. Heute haben wir hier bei Spieltag Minus 1 einen ganz besonderen Gast. Kapitän Dennis Diekmeier ist der dienstälteste Spieler im Kader. Wir sprechen mit ihm über die aktuelle Situation und über das morgige Heimspiel gegen den SSV Jan Regensburg. Dennis, mit dem 1 zu 1 in Münster war es das dritte Unentschieden für uns in Serie. Wie habt ihr die Partie im Nachgang nochmal analysiert? Ja, es ist natürlich bitter. Die letzten drei Partien jeweils nur unentschieden. Am Ende kriegen wir noch ein Gegentor. Und ja, es ist einfach bitter. Und das müssen wir jetzt abstellen, dass wir das natürlich besser machen. Aber wenn man jetzt auch auf die Tabellensituation guckt, jetzt ist man fünf Punkte hinter dem dritten Platz. Das ist unser klares Ziel, dass wir das packen, den Religionsplatz. Und da müssen wir jetzt hinarbeiten für. Du hast die Tabellensituation angesprochen. Wir sind im Jahr 2024 zwar noch ungeschlagen, jetzt aber mittlerweile fünf Punkte hinter Platz drei. Wie schätzt du diese Situation ein? Ja, also wie gesagt, zum Glück sind es nur fünf Punkte und das ist nur alles machbar. Aber es heißt jetzt Siege holen, Siege holen, Siege holen. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Und morgen ist es soweit, das nächste Heimspiel. Darauf freuen wir uns natürlich. Und da wollen wir ganz klar gewinnen. Morgen kommt der Tabellenführer hier ins GP-Stadion am Hartwald. Im Hinspiel konnten wir gegen Jan Regensburg 2 zu 1 gewinnen. Wie gelingt uns das auch morgen? Ja, natürlich. Wir müssen von der ersten Minute an voll fokussiert sein und das bis zur 90. einfach durchziehen. Das, was die letzten drei Partien dann teilweise nicht war. Da hatten wir immer im Spiel so eine kleine Schwächephase. Das darf uns dann diesmal nicht passieren. Alles klar. Danke, Dennis. Danke dir. Mentalität, Leistungsbereitschaft und Konsequenz. Mit diesen drei Schlagworten will Cheftrainer Jens Keller morgen ins Heimspiel gegen Regensburg gehen. Wir hören mal rein in die Pressekonferenz. Nein, wir wollen schauen, dass wir unser Spiel... Ja klar, passen wir immer Nuancen an. Ich sehe Regensburg laufintensiv, wie gesagt aggressiv. Ich sehe sie jetzt im fußballerischen Bereich nicht bei Dresden. Aber sie haben unheimliche Energie und gute Geschwindigkeit, Aggressivität im Spiel. Und da müssen wir einfach dagegenhalten. Es wird wichtig sein, dass wir Mentalität auf dem Platz haben und unsere Leistungsbereitschaft gegen den Ball. Aber natürlich auch die Konsequenz in den Abschlüssen und im Offensivbereich. Aus dem Hartwald Campus zu den Profis des SV Sandhausen. Das ist der Weg von Mittelfeldspieler Livan Burcu, der in dieser Woche in unserem Podcast Echt und Anders zu Gast war. Livan spricht mit Stefan und Wolle über seine Zeit in der U19 mit dem Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. Aber auch über die aktuelle Situation mit drei Unentschieden in Serie. Wie du gesagt hast, wir haben das Spiel immer im Griff. Meistens. Machen auch immer meistens das 1 zu 0. Was uns ja auch eigentlich Selbstvertrauen geben müsste. Also ich glaube, das fehlende Selbstvertrauen kann es ja eigentlich gar nicht sein. Weil wir schaffen es immer, das 1 zu 0 zu machen. Dann haben wir halt immer eine kurze Phase, wo wir ein bisschen das Spiel hergeben. Und da kassieren wir meistens immer das dumme Tor dann. Aber ich sage auch, wir müssen schon früher den Deckel zumachen. Also wenn wir das zweite machen, wenn wir uns zum Beispiel erinnern an, keine Ahnung, nehme ich mal jetzt Rot-Weiß-Essen, das Spiel. Da hatten wir das Spiel auch kurze Zeit hergegeben. Aber wir hatten schon das zweite Tor. Kassieren wir ein Tor und gewinnen das Spiel. Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall mal das zweite machen. Dass wir auf jeden Fall am Ende, nach den 90 Minuten, als Sieger vom Platz gehen. Genau hier im Block brauchen wir morgen eure Unterstützung. An alle Kurzentschlossenen sichert euch euer Ticket. Kommt vorbei zum Topspiel zwischen dem SVS und dem Spitzenreiter der dritten Liga, Jan Regensburg. Das war es für heute von Spieltag Minus Eins. Wir sehen uns morgen hier im GP Stadion am Hartwald. Ciao. 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 Ciao.